Seit ihrer Kindheit kennt die Welt Emma Watson als niedlichen Zauberlehrling Hermine in Harry Potter. Kein Wunder, dass die Schauspielerin dieses Image gerne abstreifen möchte. Wie ihr das gelingen könnte? Mit ihrer neuen Rolle als Batgirl in dem Film The Bling Ring. Darin geht es um eine Gruppe von Mädchen, die Promis beklaut. Die Gang gab es übrigens wirklich eines der Opfer, Paris Hilton. Und die hat in dem Film von Sofia Coppola nun einen kleinen Auftritt. Emma Watson durfte beim Drehen ihre wilde Seite ausleben. Sie ist nicht nur ein böses Mädchen, sondern auch ein sexy Mädchen. In einer Szene zeigt sie sich im BH mit Leopardenmuster. Sieht ganz so aus, als wäre Emma tatsächlich auf dem besten Weg, das Image des niedlichen Zauberlehrlings so langsam loszuwerden. DERREHLSTR